Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Neri. Ja, immer noch schlechtes Wetter und wir sind aber nicht mehr im Krater, sondern ich bin hier querfeldeingeritten und habe tatsächlich was entdeckt. Ich musste hier noch schnell die Gegner erledigen und zwar da oben. Und da sind die nächsten Gegner und da gehen wir jetzt mal hin und schauen mal, was uns da erwartet. Ich habe mich noch im Krater ein bisschen umgesehen, konnte dabei tatsächlich nichts weiter finden. Und ja, bin dann wie gesagt querfeldeingeritten und habe das hier entdeckt und bin mal gespannt, was das hier ist. Hier sind auf jeden Fall Gegner. Da, der hat uns auch schon gesehen, dummerweise. Oh, ein Scheißdreck. Der Mana-Katalysator oder sowas stand da, glaube ich. Zu zweit gleich. Ey, das geht mir ja schwierig hier auf die Nerven. Ich muss auch zusehen, dass ich hier wegkomme. So, den schöpfen wir mal wieder aus unserem reichhaltigen Bedarf, ne? So, den einen haben wir schon mal. Wieder von der Bruderschaft. Wo ist der andere? Hier. Die Leute, ey. Oh, und guckt euch an, wie geil das aussieht. Endlich wieder schönes Wetter, Leute. Oh, fantastisch. Das sieht so surreal aus. Auch mit diesem komischen Gebiet da hinten. Und dann hier mit der Sonne ist das Hammer. Oder ist das Hammer? Das sieht doch mal ultra geil aus, oder was? Ehrlich. Geil. Das sieht echt fantastisch aus. Das da hinten ist das Eldridor. Ja, tatsächlich. So. Und jetzt gucken wir mal auf die Karte, wo wir sind. Und der Mana-Katalysator, untere Ebene. Oh. Da oben ist auch alles voller Gegner. Spektrales Wesen. Scheiße, die sind, äh, immun gegen... Ich kann mich auch so schlecht sehen. Erst wenn die schon immer dort sind, dann sieht man die noch relativ gut. Da bewegt sich noch eins, ne? Kannst du sein? Jawohl. Oh. Was ein Stress hier gleich wieder, ey. Na nun? Ich muss hier nur einmal außenrum gehen hier. Habe ich mich irgendwie verfranst. Naja, wir gehen erst mal hier vorne hin. Und dann gucken wir mal. Ach du Scheiße. Das geht ja schon wieder top los hier. Oh, 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 oh. Ich hole mir jetzt erst mal ein Obdi dazu. Mir ist das jetzt gerade ein bisschen zu strecken. Immer die mit dem Schockschaden, ey, widerstehen. Hä? Okay. Okay. Ha! Haha, gleich beim ersten Mal. Ich weiß es nicht. Okay, ja, das war jetzt gerade so ein bisschen stressig hier, Leute. Aber wir haben das ja gemeistert. Ich muss nur aufpassen, ich muss. Können wir uns ja auch mal in den Kopf hauen. Oha, wartet mal kurz. So, wie das denn immer so ist, wenn man dann gerade irgendwie dabei ist beim Zocken, dann klingelt das. So, was wollte ich denn jetzt? Ach ja, Lichttragen an den Kopf hauen wollte ich mir. Genau. Ich schieße jetzt hier echt so ein bisschen ins Blaue. Weil, keine Ahnung, ich seh die nicht. Das ist gerade so, ja. Oha, vielleicht könnte man die mit Infravision besser sehen. Das könnte ich nochmal ausprobieren beim nächsten Mal. Unser Opi ist auch wieder dabei. Kommt immer so langsam hinterher geschlichen. Ja, wir gehen jetzt mal geradeaus. Oha, das war's. Was ist denn das für ein komischer Gang hier? Oha, das ist ja alles schön nach unten rauschen, ne? Scheiße, was ist das denn hier? Steintür, Kristallwald? Was sind wir denn jetzt? Ach, hier oben? Groß, ist das denn hier bitte? Was ist der für eine? Ha! Also, wie mäßig Chaosbogen lohnt sich der Steuerer? Was ist das denn? Der Steuerer? Was macht der denn hier? Was sind das hier für eine Gänge, sag mal? Was ist das denn für ein Artefakt? Ach, Quatsch, was mach ich denn? Okay, was ist das denn hier für eine Nummer? Ah, jetzt kann ich auch nicht mitnehmen, ne? Nee, das geht nicht. Der Steuerer. Okay. Gut, dann gehen wir mal wieder runter hier. Das verwirrt mich ja auch alles immer so leicht, ne? So, okay, jetzt waren wir hier. Jetzt müssen wir, glaube ich, noch hier hoch. Denn hier waren wir, glaube ich, noch nicht. Oh ja, das geht ja schon wieder gut los hier. Okay. Nö, alles noch nicht, aber... Ach, weißt du was? Die hab ich ja jetzt ein, zweimal getroffen. Der kann der Obi doch übernehmen. Denk ich doch. Na los, komm doch. Hm, der Obi kommt auch. Ich hau mir jetzt mal so einen Infravisionstrank an IJK. Hier, muss er in Krankheit heilen. Mal gucken, ob das was gebracht hat. Ich hatte doch hier irgendwas, ne? Nee, das hat nix. Warte doch jetzt. Ja, den Obi. Das glaub ich nicht. Ja, das war's, ne? Der Obi hat dir das gezeigt. Sehr gut gemacht hast du das, Obi. Kann ich den eigentlich auch heilen, frag ich mich gerade. Wie heißt das Ding nochmal? Hier, genau. Ja, das geht sogar. Ist das lustig, ey. Ach wie, das war jetzt der andere Weg hier? Hier ging das ja nicht weiter, Leute, ne? Das war's schon. Das war's schon. Okay, ja, alles klar, Leute. Das war's schon. Dann gehen wir mal direkt hier rüber und gucken hier oben nochmal, würde ich sagen. Oh. 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 Okay. Der Mana, obere Ebene, was? Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Was hier? Oder wo ist die Tür? Handy? Handy. Handy. Äh, aber hier war ich doch schon. Das war doch hier mit dem Gang. Mit dem komischen Steuerer. Äh. Nee, das kann nicht richtig sein. Das muss hier noch irgendwie... Der muss das hier oben weitergehen. Ah, ja. So, Obi, komm schnell her. Ach, scheiße, den hab ich gar nicht mehr. Bin schon gewundert. Ah, ja, das ist wirklich nur noch nie. Ja, sehr gut, Oppi. Ist ihm das gezeigt, ne? Unser Opa, der macht sie fertig. So sieht das aus. Jetzt ist hier Ruhe. Jetzt will ich mich hier umgucken. Oh, was? So viele Eingänge hier. Steintür, der Mana-Katalysator. Untere Ebene? Untere Ebene? Hä? Untere Ebene war doch da unten, denke ich. Das ist ein... Das sind wieder diese Drecksviecher. Drecksviecher. Dass ich mir das nicht merken kann, dass die... Irgendeinen trifft man immer bei so vielen, ne? Das ist natürlich der Vorteil. Was gibt's hier noch? Nein, zu schwer beladen, Leute. Jetzt geht das wieder los. Das ist meine Liebe. Danke. 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 Das ist ja riesig hier, ey. Puh, guckt euch das an, wie groß das hier ist. Oh, Junge, Junge, Junge. Und dann waren hier auch noch zwei Türen. Hier ist ja auch noch eine Tür. Hä? Ah, okay, das sind... Ah, die gehören zusammen, die Türen. Ah, okay, das ist ja auch noch eine Tür. Ah, okay, das ist ja auch noch eine Tür. Oh, dass ich auch immer wieder vergesse zu speichern, ne? Die immer ewige, lästige Leier. Ah, okay, das ist ja auch noch eine Tür. Ah, okay, das ist ja auch noch eine Tür. Ah, okay, das ist ja auch noch eine Tür. Ah, okay, das ist ja auch noch eine Tür. Ah, okay, das ist ja auch noch eine Tür. Was? Oh nein, habe ich den wieder getroffen? Das ist ja auch noch eine Tür. Ja, okay, das ist ja auch noch eine Tür. Oh, hier ist eine Sackgasse. Interessant, dann geht das wohl hier weiter. Krieger der Arcan Bruderschaft. Ja, das war's. Das war's und wir sind wieder zu schwer beladen. Aber die Folge ist eigentlich auch so gut wie zu Ende. Und ich habe nicht zufällig noch einen... Ah, kann ich mal drauf schmieren da. Doch, ich habe noch einen Federtrank. Macht das jetzt Schaden oder was ist das jetzt hier für eine Aktion? Die Folge ist eigentlich sowieso fast schon wieder zu Ende. Na los! Komm! Das war ja armselig! Das war ja armselig! Na los! Komm doch! Na los! Komm doch! Hm. Das ist mir jetzt eben nicht gelungen. So, aber Oppi macht das. Jetzt erwische ich die auf jeden Fall. Sehr gut. So. Und jetzt sind wir auch noch mal wieder zu schwer beladen. Ach Leute. Ach, was mache ich jetzt? Es ist noch groß genug. Ich beende die Folge, würde ich sagen. Ich wüsste jetzt auch nicht, was ich mir jetzt hier noch im Kopf hauen soll, weil ähm... Ach, hier. Ach, hier. Jo. Hä? Ah, okay. Ja, der Federtrank. Naja, okay. Gut. Ich belasse es dabei. Ähm. Folge ist sowieso lang genug. Wir machen beim nächsten Mal hier weiter. Ich bedanke mich wieder recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Und beim nächsten Mal geht es hier beim Mana Katalysator dann wieder weiter. Ciao.